Der erste Tag war wirklich sehr interessant. Wir hatten vor allem sehr viele internationale Besuche, nicht nur aus Deutschland, auch von umliegenden Ländern und sogar vom Übersee. Wir sind am ersten Tag wirklich sehr, sehr zufrieden. Unsere Themen sind vor allem den Kunden zu zeigen, wie man effizient arbeiten kann, wie man die Produktivität steigen kann. Aus dem Punkt zeigen wir unter anderem die S3-Serie mit der Schiedschwiederzuführung und für die Entnahme den Roboter, damit man wirklich einen automatisierten Prozess hat. Die zweite Maschine, die wir zeigen, ist der D3, das Doppelbalkensystem. Was mit dem Doppelbalken schon sagt, wir können so bis zu doppelten Output der Automaschine erzielen.